Hallo und herzlich willkommen zur Dieter Neuen Folge. Mein Name ist Aitnir, schön, dass du eingeschalten hast. Heute sprechen wir über einen Vogel, über den gefährlichsten Vogel der Welt. Ich möchte aber erst mal kurz mit euch sprechen, wie ich zu diesem Topic gekommen bin und warum ich diesen Vogel überhaupt kenne. Denn ich habe eigentlich für ein anderes Video, das ihr eine sehr lange Zeit noch nicht kennen werdet, nun über einen gefährlichen Vogel gesprochen und habe dann den offiziell als gefährlich gildenden Vogel gesucht und bin dabei auf den Kasuar gestoßen. Mein Glückwunsch, Freunde. Deswegen starten wir doch mal mit einem kleinen Steckbrief zu dem Topic Kasuar. Was der denn so kann, was der nicht kann und warum der so gefährlich ist, sprechen wir auch mal kurz drüber. Also mal ganz kurz, so ein bisschen Steckbrief mäßig, was ich so ein bisschen notiert habe, deswegen verzeiht mich, wenn es jetzt ein wenig abgelesen klingt, ist der sogenannte Helmkausar, ist einer der bekanntesten Arten dieses Vogels. Die Verbreitungsgebiete sind vor allem der tropische Regenwald in Nordaustralien und Neuginea und in einigen Inseln Indonesiens gibt es den Vogel ebenfalls noch. Der wird 1,5 bis 2 Meter groß, wiegt zwischen 30 und 60 Kilo und die Weibchen sind vor allem in der Regel größer und schwerer. So, das erstmal so als Grundkenntnis. Die Lebenserwartung ist zwischen 12 bis 19 Jahre und in Gefangenschaft gab es sogar ein paar, die 40 Jahre alt geworden sind. Einer seiner, ich sag jetzt mal, Peak-Fähigkeiten, wenn ihr so eine Quartettkarte habt, wo ihr euch vorstellen könnt, wo dann sich die ganzen Tiere battlen, wenn dann so beim Elefant beim Gewicht so, keine Ahnung, seine 2 Tonnen oder 3 Tonnen draufstehen, dann steht beim Kasuar, vor allem beim Gewicht, das so gelb markiert ist, wo es dann was richtig krasses ist, wo du genau gewusst hast, auch wie früher beim Auto immer, wenn dann der Hubraum irgendwie gelb markiert war, boah, das muss super sein, obwohl du gar keine Ahnung hast, ist beim Kasuar verhältnismäßig die Geschwindigkeit sehr krass, denn der Gute kann 50 Kilometer im Sprint hinlegen, also Stundenkilometer, und das ist dann schon ziemlich beeindruckend, weil der halt relativ schnell dich zur Hölle jagt, wenn du nicht aufpasst. Dementsprechend ist das, denke ich mal, seine größte Besonderheit. Er hatte aber vor allem außerdem noch als Zusatzboni, sage ich jetzt mal, eine sichelförmige Kralle, die bis zu 12 Zentimeter lang ist. Ja, das ist natürlich etwas, was nicht ungefährlich ist, denn damit wehrt er sich. Und das auf jeden Fall ordentlich. Und ganz kurz noch zur Nahrung, der ist ja ein hauptsächlicher Früchteesser, ist aber auch kleine Tiere, Insekten und Aas. Also jetzt haben wir aber, denke ich, so die wichtigsten Sachen. Vielleicht noch eine Sache, die Männchen brüten tatsächlich in dem Fall hier die Eier aus und kümmern sich auch um die Aufzucht der Jungtiere. Das, denke ich, reicht jetzt erst einmal. Warum gilt er denn jetzt eigentlich als einer der gefährlichsten Vögel der Welt? Naja, Leute, das ist halt das Ding. Wir hatten sie gerade, die 12 Zentimeter langen Krallen sind gefährlich, um es mal so zu sagen. Die könnten, wenn sie dich kratzen, ordentlich Aua machen. Und die nutzen sie auch. Und das nicht zu knapp. Also die sind ziemlich, ja, schutzbedürftig. Die passen auf jeden Fall auf. Und wenn sie sich bedroht fühlen, dann wehren sie sich auch. Und das relativ, relativ schnell. Das ist so, ich sage jetzt mal, die gefährliche Geschichte daran. Der kann außerdem sehr hoch springen, wie ich jetzt dann stark meine. Und dementsprechend, ja, macht er halt auch mal einen ordentlichen Tritt. Der Witz ist, ich habe dann auch mal gegoogelt, das ist eigentlich nicht witzig, aber trotzdem, ich habe mir dann auch mal angeschaut, wie so ein Angriff von so einem Kasua ausschaut. Und das Ding ist, der macht halt einfach einen Flykick. Also der rennt auf dich zu, springt und kommt dann mit den Füßen voran, auf dich zugesprungen. Und jagt dich damit dann ordentlich weg. Ja, was soll ich sagen? Ich finde das irgendwie funny. Das ist zwar nicht wirklich witzig, aber naja, man muss ja auch mal wirklich irgendwie mal was festhalten. Und ja, das ist einer der Punkte. Also ich weiß nicht, wieso ich das so lustig finde, aber das ist sehr amüsant meiner Meinung nach. Man muss dazu sagen, es gab sogar Fälle, wo auch Menschen verletzt worden sind. Das macht den ebenfalls noch so. Ja, ich sage jetzt mal, als gefährlich geltend. Denn man muss dazu sagen, es gab sogar einige Fälle, wo diese, ja, Auseinandersetzungen sogar tödlich geändert sind. Das ist zwar an sich dann wiederum nicht witzig, aber man muss trotzdem mal drüber sprechen. Und ich finde das teilweise ziemlich interessant, was da ein bisschen dabei ist. In den meisten Fällen, das könnt ihr euch aber denken, weil das in der Regel immer so ist, sind tatsächlich die Menschen schuld, indem sie sich mal wieder zu nah an den Tieren bewegt haben, in ihr Territorium eingebrochen sind. Blablabla. Also eigentlich haben sich in der Regel die Tiere immer nur verteidigt. Das sind jetzt keine, die sagen, ach, gehen wir mal ein Menschendorf raiden. Das machen sie jetzt nicht unbedingt. Aber in der Regel sagen sie sich dann schon so, ja, du willst jetzt hier zu meinem Kind, das glaube ich nicht. Und dann, ja, kriegst du halt einen Roundhouse-Kick von einem verdammten Kasuar, Alter. Also, das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt mehr, schlimmer, also krasser oder weniger krass wehtut, wie ein Tritt von einem Känguru. Ich meine, gerade die Australier, die, ja, sind da natürlich ein bisschen krasser. Deswegen weiß ich auch immer nicht. Die können sich das vielleicht so ein bisschen, ja, schön reden, fragt mich nicht. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist aber das grundsätzliches Problem, die Kasuare, die verteidigen sich in der Regel da eigentlich nur. Und im Übrigen, einer der bekanntesten tödlichen Angriffe überhaupt, zu dem ganzen Thema, ist 1926. Freunde, das ist fast 100 Jahre her. Aber dort gab es einen 16-jährigen Jungen in Queensland, Australien, der von einem Kasuar getötet worden ist. Warum? Der Junge hat, oder der Junge und sein Bruder hatten versucht, den Vogel mit einem Stock zu vertreiben, worauf der Kasuar ihn angriff. Er litt durch den Krallenstiche, so schwere Verletzungen am Hals, dass er verblutete. Also, auch da muss man mal ganz einfach sagen, holy shit, das ist schon krass, dass da also auch so Fälle eben gibt, wo dann also Menschen tatsächlich gestorben sind. Gut, jetzt in dem Fall ist es natürlich noch ein Kind. Man muss dazu sagen, tödliche Angriffe sind wesentlich seltener. Also, da gab es jetzt wirklich anscheinend nur eine Handvoll. Aber dieser eine Vorfall zeigt auf jeden Fall, man sollte mit diesen Tieren nicht spaßen. Es sind Tiere. Lasst Tiere in Ruhe. Ja, aber das wollte ich eben mal so eben mit euch besprechen, weil ich mir gedacht habe, was ist denn das für ein merkwürdiger Vogel? Weil ich ja wirklich erstmal nur gesucht habe, was ist denn los? Denn jetzt kommt der Kicker, Freunde, obwohl wir hier die ganze Zeit von einem Vogel sprechen, ihr habt mich ja schon darüber sprechen hören, der kann sogar schwimmen, der kann also schnell laufen, aber wisst ihr, was er nicht kann? Ja, richtig, er kann nicht fliegen. Freunde, ich, ich weiß nicht. Also, ich finde das wiederum amüsant. Er kann sehr hoch springen, ja, aber fliegen kann der Gute nicht. Und jetzt stell dir mal vor, bist du an so einer Klippe dran, dann kommt da so ein Casuar hochgehüpft und gibt dir einen Roundhouse-Kick und tritt dich dann erstmal in die Ecke, Alter. Ich weiß ja nicht, ne, also ich fände das, also in meinem Kopf sieht das irgendwie wiederum lustig aus, auch wenn das nicht funny ist, braucht man jetzt nicht drüber reden, aber irgendwo auch wiederum schon, oder? Ich weiß doch auch nicht, Leute. Naja, äh, sagt mir gerne doch mal in den Kommentaren, ob ihr Casuar erkanntet, wenn ja, okay, woher? Reines Interesse? Habt ihr mal gegoogelt irgendwann, was der gefährlichste Vogel der Welt ist? Oder wie seid ihr auf einen Casuar gekommen? Also bei mir war das wirklich Zufall. Also reinster Zufall. Deswegen würde mich das echt interessieren, wenn dann noch andere Leute auf diesen Vogel bewusst gekommen sind oder ihn schon vorher kannten. Naja, äh, das jedenfalls immer dazu. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und, äh, ja, wenn ihr meinen Podcast unterstützen wollt, gerne ein Abo dalassen, gerne auch unten drunter kommentieren. Ja, ansonsten, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche in einem neuen Podcast wieder. Ich bedanke mich für eure acht Minuten. Wir hören uns in einem neuen Video wieder. Bis dahin. Tschüss, ciao. Auf Wiedersehen.